Ich habe mich aber nicht spoilern lassen. Achso, ist das Best of Knack? Ne, ne. Hä? Warum hat ein... Hä? Ach, Best of Knack, viel wurde heute hochgeladen. Achso, wollte schon sagen, warum hat das zwei Likes? Die mache ich immer am Tag. Okay. Also, nach Hause? Genau. Das habe ich schon gesehen. Komplett? Jaja. Also ich habe bis zum Ende gespult, weil ich wusste, dass da was für sich passiert. Okay, also genug Essen mitnehmen auf jeden Fall, ne? Ja, ich habe ja die ganze Tour da voller Backkartoffeln gemacht. Au, wie geil. Weil ich das ganze Feld mal kurz gefickt habe. Deswegen waren jetzt so viele Kartoffeln im Ofen, habe ich schon gesagt. Ja, einfach alles. Alle Öfen waren voll mit Kartoffeln. Ja. So, dann auf jeden Fall ne Schaufel würde ich euch empfehlen. Spitzsack und ne neue. Und halt die ganzen Tränke, die tue ich jetzt also in mein Inventar und schmeiße euch die zu. Willst du eigentlich schon dein, 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 dein hier, äh, 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 Hänger, ähm, dein, 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 deine Decke machen? Ich habe jetzt vier Stacks Brickstone. Achso, ja, ne, mache ich später. Ja, ich tue dir die mal in deine Baumaterialkisse. Fertig schön stehen bleiben. Eine Hax brauche ich ja nicht, ne? Äh, was fehlt jetzt noch? Warte mal. Äh, äh, spitzsack, ne? Aber die D-Mann-Spitzsack mit. Fertig? Wie viel Tränke hast du jetzt? Ähm, ich habe einen Splash-Poosh noch viel Links, Strange und Nightwish. Ich habe gar nichts. Äh, Waterproof gehen, hast du noch nicht? Ne. Ah ja. Jetzt kriegst du auch die hier. Wann mal, ich könnte meine mal wegtun, damit ich mich nicht so... ...derke, was hat wir denn in der Zwischen? Pip? Ah genau. Steht perfekt. Ähm, sollen wir, weil das ja überall, das ist ja im Ozean, sollen wir uns, soll einer sich diese Eisschuhe machen? Ne. Sicher, das ist viel umständlicher, ne? Wenn wir das ohne die Dinger machen. Sag mal, warum ist es schon stärker dran? Äh, nö. Jetzt haben, jetzt habt ihr alle. Oh, danke schön. Wann mal, sollte ich mir die lieber... ...do ich mir noch nie lieber... Wie viel EP habt ihr, also wie viel Level? 1,2, ich habe nur noch drei, ich habe alle ausgegeben. Wie viel hast du, äh, Luca? Äh, 1,20. 1,20. Hier ist der, der dritte. Wie viel, 22 Emeralds, haben wir so viel? 9. Ich gucke mal Emeralds hin. Ja, glaube ich, ich habe keine mehr, oder? Doch, ich habe einen neuen haben wir noch, also ich brauche noch 13. Inventory-Treeks gibt es nicht für den Schatzschutz-Illusion. Hat Janis letztes Mal Papier gemacht? Ja. Ich glaube schon, ja. Wollte das hingetan, wie es geht. Wollte das hingetan? Ach hier, Papier. Papier? Ja, der Papierkiss ist ja immer. Geil. So. Ich glaube, jetzt bin ich fertig. Neue Schild. Ähm, ach so, das ist mit Absicht sein. Ach so, gut. Will mir einer ein neues Schild machen? Apropos Schild, meinst du das andere zur Hälfte? Boah, der macht dann kurz drei neue Schilder. Oh, gegen Skelette ist richtig schlau unter Wasser zu tauchen. Weil die Pfeile einfach so schlecht fliegen. Aber das erste ist ja der Snapshot-Version, oder? Ah, ich habe genau 22 Emeralds. Das hat ja genau gepasst. Ah, ich brauche noch ein Buch. Sollte bessere Rüstung mitnehmen. Zwei Skelette haben mich gerade fertig gemacht. Ja, Skelette ist aber auch heavy. Ja, du unterschätzt diese Wasserkreaturen, Patty. Hier, hast du ein anderes Schild? Gib dir mal einen. Ja, sonst schmeiß ich hin, wenn du rauskommst, das liegt ja da. Fabian. Ey, hier kann man ja zwei Written Books für einen Emerald bekommen. Ich habe eine gute Idee. Also, nee, also du gibst den. Schnell rein. Hier. Ich habe Frostwalker. Mit einem Tag, mit den Blumen. Wie sieht das wohl aus, R5? Oh, nice. Hast du den Frostwalker gemacht? Ja. Spasti. Guck mal, Patrick. Ich weiß nur nicht, ich bin hier, aber ich bin gerade in der Mitte. Guck mal, dreh dich mal um. So. Noi. Kann man hier eigentlich auch. Nee, da kann man nicht doppelt blocken, schade. Warte mal, damit kann ich hauen. Ah, ich kann das auch selber machen. Guck mal, damit kann ich hauen. Aber das bringt, glaube ich, gar nichts. Soll, dann muss ich noch mal kurz die Koordinaten gucken. Oder war, wie weiß die noch einer? Vom Zorn. Woher denn? Vom, äh, ja, aus der Folge. Soll ich gerade eben selber nach. So, haben wir jetzt alles. Also ich würde eigentlich noch bessere Rüstung haben, aber die ist so, ich weiß nicht. Schosch, schosch, schosch. So kaputt? Haben wir noch irgendwelche kaputte Rüstung? Äh, warte, ich hab noch hier Schuhe. Ah, ich brauch noch neue Rüstung, sehe ich gerade, muss ich mir machen. Aber hier, ich hab die gerade kaputte Rüstung hergeschmissen, bin da im Raum, vor der Tür. Ja, ich eliminiere die im Vernichter. Kann mir mal einer gerade neu? Nein, nein, die ist für mich. Achso. Kann mir, kann mir gerade, kann mir gerade eine neue Rüstung machen? Dann gucke ich gerade die Koordinaten. Ach, boys. Ja. Danke. Brauchst du keins davon? Was? Kannst du alles haben? So, das war dein. Ich brauch alles außer Schuhe, boys, ne? Mach dir doch Schuhe. Man kann, ich kann mir nur einer bitte machen. Ja, warte. Schuhe. Da. Sehr schön, mein Oberteil ist ganz repariert jetzt. Meine Videos. So, da hab ich einen Schuh aufpasst. Doch, okay, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, Patty. Die Helm ist zwar immer noch ein bisschen viel kaputt, aber egal. Folge, welche waren das? Folge 145 da. 145, die noch nicht released ist zu dem Tag. Nice. Ja. Super. Also du guckst dir gerade im Video eine Folge an, die es zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht gibt. Naja, aber wenn es die Folge gibt. Aber wenn es die Folge gibt. Wollen wir schnell schlafen gehen. Nee, dann war die schon lange da. Sepsin, you know? Im Ernst. Ich möchte gern schlafen gehen. Ja, dann müssen wir den Patrick wohl töten. Also, ich schreib dir nochmal kurz, ich schreib dir nochmal kurz in den Chat, ja. Minus. Ja, warte, ich schreib mir die in mein Schlussbuch. 3400. Bö! Ach, das ist eine Spille. 150. Ich hab vor Schreck mein Schwert weggeschmissen. Und, 200. Ja. Weiß ich, ich war gerade meine Kühe am Füttern, jetzt kommt eine Spinne von hinten. Frech. Hat die mich da reingeschubst, ne? Und ich notiere aus, ich jetzt aber nochmal unser Haus. Ja, das ist gut. Hat euer Material euch eigentlich auch mal angeschissen, dass ihr das Gleichzeichen, wenn ihr eine Formel hattet, dass ihr das Gleichzeichen immer untereinander haben musstet? Ja. Boah. Boah. Hahaha. Ich hab mich gerade selber dabei erwischt, dass ich meinen Doppelpunkt genau unter dem anderen Doppelpunkt gemacht hab. Hahaha. Alter, wie cool. Hey. Ich bin ja oben auf meiner Maschine drauf, ne? Mhm. Und da wollen gerade zwei Spinnen hochkommen. Und ich stand hinter den Kühen, die da so rausgeploppt sind, so, ne? Mhm. Und die Spinnen sind einfach weggeflogen. Hahaha. Weil die Kühen, die so weggedrückt haben. Richtig cool. Meine Kühen sind die besten. Ja, Phobie auch immer. Lass mal schnell schlafen, damit der Regen weggeht. Mhm. Komm's, Patrick. Mhm. Das Bild hier macht mich ein bisschen... ...engst. So, warte mal. Minus 3350. Was? Soweit. Wow. Okay, ich weiß ca. wohin wir müssen... Einfach, wow, man. Was heißt? Lifetime Troll... ...Patty. Hat wieder zugeschlagen. Wir haben ja einfach das Band abgebaut. Boah. Boah, diese Kinderkacke hier. Jetzt fängt's schon wieder an, ey. Also wir haben jetzt ca. 10 Minuten durchhalten ohne zu trollen und Patrick zerstört wieder alles. Hahaha. Ist so. Jo. Wir verbinden uns wieder... Oh. Oder so. Genau. Genau. Wir verbinden uns wieder. Und natürlich... Ah, wusste ich's doch. Hahaha. Ich hab's gespürt. Ich hab's gespürt. In meiner Macht. Sag mal. Ohne Scheiß, ne. Ich baue jetzt in dieser blöden Drecksgammelverteuerungsecke, baue ich jetzt Brickstones, ey. Der Dirt geht mir... Wo es so scheiße aussieht. Da kommt Wasser aus den Wänden. Oh, sorry. Scheiße, das sinkt echt schon wieder an. Äh, das ist schon krass draufgewachsen. Achso. Er ist nett von dir. Warte, schmeiß mir mal die Hälfte zu. Fang ich schon mal an, wenn du abhaust. Woah. Mhm. Du machst dich schon mal bereit. Bin hier. Du bist auch fertig. Mhm. Du hast noch keine Rüstungen. Habt ihr mega gerne gemacht? Wer hat mir Iron Boots gegeben? Das ist genau das, was ich nicht brauche. Du hast die ganze Zeit gesagt, ich brauche Stiefel. Nein, die brauche ich nicht. Du hast gesagt, ich brauche Stiefel. Jetzt brauche ich nur noch Stiefel, hast du gesagt. Nein, ich habe gesagt, die brauche ich nicht.